Was ist das? Das ist der Feuerkreis. Kann ich den gewinnen? Nein. Was denn sonst? Den Trimagischen Kuchen. Und kann ich den mit Alkohol füllen oder was bringt mir das? I enden der Ruhm. Brauche ich irgendwelche Qualifikationen? Diese Wettstreite sind nicht für schwache Herzen. Habe eh keins mehr, meine Ex hat mir das Herz gebrochen. Also kann ich mitmachen? Er ist ab sofort ein Trimagischer Champion. Let's go, jawohl, Digga. Erstmal pusten, dass sie dabei sind, Alter. Let's go. Was? So, das ist die erste Aufgabe. Drachen? Ich bin raus. Seid ihr erst ausgewählt, gibt es kein Zurück mehr. Harry will zuerst gegen den Drachen kämpfen. Ich lass dir keinen den Vortrag. Nein, 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 Leute, er macht gerade wirklich nur Spaß. Harry, sag ihm, sag ihm, du willst zuerst gegen den Drachen kämpfen. Harry? Harry? Samma!